Hast du dich auch schon mal gefragt, was kostet billiges Essen eigentlich wirklich? Woher die Ungleichheit in der Welt kommt und wie viel Wahrheit Demokratie braucht? Sind Digitalisierung und Demokratie überhaupt vereinbar? Kann man gesellschaftlichen Zusammenhalt messen? Und was heißt Entwicklung in Zeiten des Klimawandels? In diesem Jahr veranstalten wir erstmals das Digitale Wissenschaftsfestival Globe 21, um genau diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern aus der ganzen Welt begeben wir uns mit dir auf eine Suche nach grenzüberschreitenden Solidaritäten in verschiedenen Regionen der Welt. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bieten ab dem 10. Juni, jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag, eine Vielzahl spannender Formate an. Angefangen bei Filmabenden und Gesprächen, Podcasts, Stadtführungen, Ausstellungen bis hin zu interessanten Podiumsdiskussionen oder Kurzvorträgen. Das Programm zum Festival findest du auf www.globe-festival.de Außerdem findest du uns unter dem Hashtag Border Crossing Solidarities auf Facebook, Instagram und Twitter.